Hallo. Hi. Hi. Hallo. Wasser ist nass. Thomas hat den Schwarzseid in Europa und hat die Kurve vorgestellt. Hanhe, töte dich selbst. Dankeschön. So. Off nach Furzhafen! Okay, wer hat die Anwesenheit noch nicht hier raus gefordert? Ja. Die Erste. Ich bin gerade mit dem Kampf. Ich bin gerade mit dem Kampf. Ich bin gerade mit dem Kampf. Ich muss nur noch einen Pokémon in der Höhle machen, damit ich da... Oh, oh, das gefällt mir nicht. Hör auf damit. Mir gefällt nicht, was du da... Nein, das kann Sandwirbel. Nein! Nein, das muss ich haben. Jetzt treff ich nicht mehr. Okay, ich muss es suchen. Mein Lieblingswasser-Pokémon ist in der Höhle. Fuck. Welches? Meinst du? Ich bin gerade mit dem Riener, Leute. Ich bin gerade mit dem Riener, Leute. Ich bin gerade mit dem Riener, Leute. Ich glaube, du hast ganz genau welches was da vorgekommen. Meinst du das lange, wo ich gesagt habe, es gibt ein wunderschönes dort? Ja. 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 Milo-Tick. Milo-Tick. Achso. Wieso hat das... Das Wall? Ja, eben. Dann habe ich zwei Walls. Also... Okay. Ich bin gerade durch mit dem Riener, Leute. Dann einfach das Team schon dran. Und... 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 Das ist mit dem PSG einmal, den ich drin sag. Wie? Oh, das ist Metti. Sag, was mit dem PSG einmal ein wenig auf den Sack. Ja. Ich weiß. Ja. Ich weiß, dass auch schon so ein bisschen... Guck mal da auch. Ob das runtergestellt wurde oder oder was. Hauptsache, in dieser Hülle sind nur Wasser-Pokemon. Ja, ich hab' zu laufen, Mann! Ich hab' zu laufen, Mann. Gucken. Dankeschön. Ach so. Ach, aber das kann doch nicht sein. Ich möchte noch... Ich muss noch einen Pokémon töten. Oh! Damit habt ihr jetzt... Es kommen einfach nur Simpranas und Repubenters. Ich hab' nicht direkt teleporten. Ist das gar nicht? Doch schon! So! Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Was denn? Ich habe gerade mal das Ausnahmeste-Pokémon gefunden, was ich bin. Alter, dieser TS abschmiert. Abschmier, abschmier. Ich bin TS und ich sterbe gerade. Minus 10 Punkte für den TS. Ja genau. Der TS ist gestorben. Wer hat den TS in seinem Team? Er kriegt jetzt minus 10 Punkte. Wem gehört der Team-Speak-Server? Ich bin Raphael, ich höre mich an wie ein Roboter. Was? In Kurt Gies reden die aber so nicht. Das sagst du. Ja, ich habe ihn 20 mal durchgeguckt oder so. Welchen? Es gibt zu viele. Ja, welchen wohl? Kurt Gies. Das Metal-Take hatte noch etwa 1 KP geschätzt. Erster Orden. Wurde, es ist Level 9 gewesen. Ich habe meinen Hyper-Ball drauf geworfen und es hat noch nicht mal einmal gewackelt. Ich fühle mich gerade ein wenig verarscht. Das gibt Opfer und es gibt dich. Stimmt, ich bin kein Opfer. Ich bin der awesomeste Typ auf Doom und Verdammnis und Darkness und Verdummnis. Aber was heißt ein Dings nochmal Doppelkick auf Englisch? Doublekick, ne? Ja, vielleicht. Irgendwie sowas, könnte schon sein. Silberblick auf Englisch. Lear. 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 Silberblick. Lear. Okay, was war das letzte, was du jetzt noch hast? Ah genau, Energiefokus. Fokus-Energy. Okay, dann wärst du schonmal. Ha, den Spitznamen muss ich ihm jetzt auch die Spitznamen geben, wenn ich ihm welche gegeben habe. Ja, klar. Genau. Musst du nicht, aber deine Sache. Ich mach's. Ich bin grad was heute professionell und esse nebenbei. Das ist echt toll. Bestimmt gibt's. Kann man den zweiten Orden echt so einfach skippen? Du kannst den zweiten Orden komplett skippen. Ja, den kannst du komplett skippen. Und coole Sache. Das ist der Liga halt dann. Coole Sache. Also Leute, ihr wisst, wann ich den zweiten Ort mache. Nach der Liga? Ja. Ah, Liebkind. Wow. Mein Simsala ist kühn. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech für Simsala. War's das ernst nochmal? Serious. Oh, das hat er... Er hat schon gesagt. Serious, okay. Oh Mann, wie viel Pech kann man haben. Ein kühnes Simsala. Ja, du hast die perfekte Award als Simsala. Ja, Simsala hält ja physisch so viel aus. Lass man diese ganzen Attacken nahe. Hä? Natürlich. Also, ich hatte einen Metagross... Mit meinem Metagross habe ich Earthquake gedrückt. Und dieses Simsala hat auf jeden Fall überlebt. Ja, mit dem Fokusgurt bestimmt. Ja, eben. Es hat... Es macht bei Simsala auch durchaus Sinn, es mit Fokusgurt zu spielen. Sag mal bitte, dass Confusion einfach Confusion heißt. Ja. Ja, super. Dankeschön. Gut. Keine Evas, keine Devas. Heißwesen. Wunderbar, Simsala. Du bist der Kellen. In diesem Team. So, wo haben wir Clay? Boah, dieses Lobblatt. Der Wahnsinn. Ich hab grad fast meine Entwicklung abgebrochen. Ach, komm schon. Los, Dolly. Mach ich kaputt. Los, Dolly Buster. Mit deinen Doppel-Ds. Irgendwie hab ich's mit der Fangchance nicht so, ne? Was? Fehlst du mich, Mabsch? Bei jetzt. Da ist ungefähr ein Wichsel noch zum Level Up und ich hatte das letzte Pokémon des Arena Lackers. Gut gemacht. Das ist doch endlich dein Ernst. Ah, das ist hart. Ach, fick dich doch. Life is pain. So, Lippo Mentas, was hast du denn? Toll, Lippo Mentas, du bist... Komm, die Showdowns-Battles. Manus hat grad den letzten Kampf gemacht. Ja. So, Carmela ist tot. Ja, also alle Team... Alle Teams im Showdown, damit's losgehen kann. Ja, ich... Ich setz aus die erste Reihe, weil... Es würde einfach jetzt ewig lang dauern, bis ich meine Dings hätte, meine Werte. Äh, du brauchst die Werte nicht übertragen. Ne. Ich weiß nicht mal mal welche Pokémon ich am ersten Orden hatte. Ist dein Ernst? Ja. Äh, du hast noch Zeit, ich hab noch nicht meinen ersten Orden fertig. Wieso? Ja, dafür müsste ich meinen Stream beenden und dann immer da hinspulen. Ja, ich bin ein bisschen langsam. Ich bin ein bisschen langsam. Ich bin ein bisschen langsam grad. Ich will bei Brich mal eben gucken. Es hat auch fast... Du hast Zeit, ey. Es hat auch 5 gebraucht. Das ist doch... So, wollen wir irgendwie eine Levelgrenze einführen für den zweiten Orden? Weil das ja irgendwie gay, wenn... Wenn das einer wirklich erst ganz zum Schluss macht. Nee, ist doch... Nein, das macht keiner. Das macht eigentlich keiner. Aha. Doch, ich mach das schon. Das ist eine Speedrun-Strat. Aha. Naja, okay. Das würde ich dir sogar zutrauen, Fargo. Ja, ich hab's eigentlich auch vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber dann hängst du halt mit dem zweiten Arena-Kampf halt so arg zurück, deswegen... Nee, nicht unbedingt. Für mich ist halt dann die Malvenfroh die zweite Arena. Es geht ja nicht um den Orden, es geht um die Arena. Und auch wieder. Es geht um Momente da Troll-Torpe, oder? Oh, was? So, ich hab jetzt den zweiten Orden. So, Fall, Safe Game... Wie gut, dass Necrocs nicht mehr in meinem Chat ist. Bin ich nicht? Warum? Weil ich gerade die Nachricht bekomme, lass uns einen Porno drehen. Was? Mein bester Freund guckt gerade zu. Ich bin da voll für. Porno voll gut. Ja. Oh toll, wir haben Sex. Oh, toll. Wie heißt Troll-Crock denn auf Englisch? Croconaut. Croconaut. Oh toll, wir drehen im Porno. Oh toll, wir drehen im Porno. Oh ja, wir haben Sex. Croconaut. 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 Ja, ist auch toll. So, mein Team Hubble. Nicht so toll wie Sparse Brown, aber... Kommt rein. So, dann beende ich mal kurz an hier Stelle bei mir den Stream und guck nach, was ich in der ersten Arena überhaupt für Pokémon hatte. Bis gleich heute.